So, Flammkuchen die zweite. Da haben wir eine klassische mit Speck. Das ist ein süßer, mit Birnen, Equipment und Honig und Walnüsse. Heute schieben wir mal direkt auf den Stein, auf den heißen. Das Einschieben ist ein bisschen schwierig, aber es hat funktioniert. Schauen wir mal, wie die heute werden. Sieht aber auch schon wieder sehr, sehr gut aus. So fahren wir den guten Kochgrund. Jetzt schauen wir mal nach. Ah, das sieht gut aus. Jetzt sind sie fertig, die guten Sachen. Schaut euch mal an. Richtig cool. Genau so will ich es. Perfekt, hätte ich gesagt.